Efferra Philibert de Nailac, auch Philibertus Nacensis war vom 6. Mai 1396 bis zu seinem Tod der 34. Großmeister des Johanniterordens auf Rhodos. Geboren wurde er wahrscheinlich auf Schloss Brediers in der Region Limousin. Sein Vater Perichon von Nailac war Vizegraf von Brediers. Er wurde Großprior von Aquitanien in der französischen Zunge. Er ließ die Befestigungsanlagen von Rhodos ausbauen, insbesondere um einen Turm am Handelshafen, der nach ihm benannt ist. 1396 beteiligte er sich mit dem Orden und dem späteren Kaiser Sigismund an der Schlacht von Nicopolis. 1402 verloren die Johanniter ihre Besitzungen auf dem kleinasiatischen Festland, als Timur ihre Stadt Smirna erstaunlte. 1409 nahm er am Konzil von Pisa teil und hielt sich anschließend in Europa auf. Er kehrte erst 1419 nach Rhodos zurück.